Sehr geehrte Herren Präsidenten, liebe Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Bundestag und aus der französischen Assemblée. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie, Herr Präsident Dr. Schäuble, haben eingangs dieser Sondersitzung gesagt, heute sei der Tag der Parlamente. Ich will daran anschließen und sagen, ich finde, es ist heute eine Sternstunde unserer Parlamente. Ich finde, es ist deshalb der Fall, weil sich abzeichnet, dass heute eine große Mehrheit im Deutschen Bundestag, genauso wie später in der französischen Assemblée, sich dafür ausspricht, unsere Partnerschaft zu erneuern, einen neuen Impuls zu geben und einen neuen Élysée-Vertrag auf den Weg zu bringen. Wenn man in unsere Geschichte schaut, dann ist das alles andere als selbstverständlich. Wenn man sich noch mal genau anguckt, wie es vor 55 Jahren gewesen ist, dann war das zunächst ein Projekt von zwei Staatsmännern, von Conrad Adenauer und Charles de Gaulle, die beide Weltkriege erlebt haben, die das Leid gesehen haben, die diese Kriege über beide Nationen gebracht haben, die sich kennengelernt und Vertrauen gefasst haben und die gemeinsam gesagt haben, wir wollen ein neues Kapitel für unsere Länder aufschlagen und Europa gemeinsam voranbringen. Da gab es Zustimmung in beiden Ländern, es gab aber auch Zurückhaltung und es gab Skepsis auch im Deutschen Bundestag, der eine Präambel vorangestellt hat bei der Ratifizierung, wo ergänzend zum Bekenntnis zur französischen Freundschaft die Zusammenarbeit mit den USA und mit Großbritannien in besonderer Weise gewürdigt wurde. Wenn wir uns vergegenwärtigen, heute 55 Jahre später, dann sind wir heute in einer Situation, in der diese transatlantische Partnerschaft infrage gestellt ist, in der die Briten aus der EU rausgehen und in der deshalb für mich umso klarer ist, dass es grundlegende für uns die deutsch-französische Freundschaft als unser Motor vor Europa ist. Ich bin überzeugt, dass es uns umso leichter fällt, diesen Weg heute gemeinsam zu gehen, als in den letzten 55 Jahren dieses Projekt von einem Projekt von Staatsmännern, von Staatsmännern und Frauen wurde zu einem Projekt der Menschen. Es wurde zu einem Herzensanliegen der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und Frankreich mit 2.200 Partnerschaften, mit vielfältigen Austauschen, Verflechtungen, Freundschaften. Wir sind, Präsident de Rougie hat es vorher gesagt, und ich finde, man kann es nicht treffender ausdrücken, zu einer Familie zusammengewachsen. Herzlichen Dank Ihnen für diese Worte, Herr de Rougie. Ich finde es dann schon eine große Besonderheit, dass wir heute eben nicht eine Feierstunde haben, in der ein französischer Gast spricht, sondern dass wir eine parlamentarische Debatte haben, in der der Präsident der französischen Assemblée zu Beginn gesprochen hat. Auch das ist Kennzeichen dieser Vertrautheit, dieser Besonderheit der deutsch-französischen Beziehung. Es wird später ergänzt werden durch die Rede unseres Bundestagspräsidenten in der Assemblée. Wir wollen das nicht bei einem einmaligen Ereignis belassen, sondern wir bekennen uns in dieser Resolution dazu, dass wir bis zum nächsten Jahr ein Parlamentsabkommen, ein deutsch-französisches, auf den Weg bringen wollen. So etwas wie ein Élysée-Vertrag der Parlamente, in dem wir uns versprechen und mit dem wir vereinbaren, dass wir eine engste Zusammenarbeit pflegen, dass wir im besten Fall immer von vornherein europäisches Recht gemeinsam umsetzen, in dem wir uns zusagen, einen ganz engen Austausch auch der Ausschüsse, der Fachausschüsse aller Gremien zu pflegen. Ich finde, auch das ist ein ganz entscheidender Fortschritt. Dass es dann gelingen wird, voraussichtlich eine Resolution zu verabschieden an einem solchen Tag, die getragen wird von neun Fraktionen, von fünf in der Assemblée und vier im Deutschen Bundestag, das finde ich ein ganz ausgesprochen gutes Ergebnis. Nun haben wir gehört, nicht alle Fraktionen in diesem Haus tragen das mit, und es ist jeder Fraktion unbenommen, parlamentarische Initiativen zu unterstützen, eigene auf den Weg zu bringen, wie es die Linken mit ihrem Antrag machen, weil sie sagen, wir sehen Dinge in Europa anders, oder eben auch keine zu machen, wie es die AfD-Fraktion gemacht hat, die weder im Vorfeld noch heute eine parlamentarische Initiative vorgelegt hat. Das ist Ihr gutes Recht. Dann beschweren Sie sich Ihre Bitte nicht bei den anderen darüber, dass Sie nichts gemacht haben. Und in der Sache, Herr Dr. Gauland und Frau Dr. Weigl, ist mir schon wichtig, an dieser Stelle zu betonen, dass wir, die wir diese Initiative unterstützen, ganz gewiss unser Land mindestens so sehr lieben, wie sie es für sich in Anspruch nehmen. Aber wir teilen eine Überzeugung, dass die Antwort auf die Herausforderung der Globalisierung eben nicht Nationalismus ist, nicht Protektionismus, auch nicht der Rückkehr zur D-Mark, Frau Dr. Weigl, sondern gemeinsame Initiativen in Europa, europäische Gemeinsamkeit. Und ich möchte Sie daran erinnern, in dieser Debatte gab es bisher zwei Redner, die das Wort von einem europäischen Superstaat von einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Europa in den Mund genommen haben. Das sind die beiden, die vor Ihnen sitzen. Uns geht es darum, Handlungsfähigkeit in Europa zu beweisen und Antworten auf drängende Fragen zu geben. Und das tun wir besonders in dem Kapitel, wo wir uns aussprechen für die Zusammenarbeit in den Grenzregionen. Hürden abbauen, Europa erlebbar machen, Sprachen besser lernen, Menschen zusammenbringen, Betriebe, die grenzüberschreitend tätig sein können und Arbeitssuchende, die ohne Hürden im anderen Land arbeiten, tätig werden können. Europa muss vor Ort erlebbar werden. Wir wollen konkrete Verbesserungen für die Menschen, auch beim Klimaschutz, wo wir konkret Initiativen für Ladestationen von Elektroautos wollen, grenzüberschreitende Energienetze. Das alles wollen wir ganz konkret umsetzen. Ich bedanke mich sehr für die Parlamentariergruppe, für die Zusammenarbeit bei den Kollegen Post, Link, Franziska Brandner, Jürgen Hart und bei allen weiteren, die mitgewirkt haben. Herzlichen Dank. Wir werden weiter mit Leidenschaft für die deutsch-französische Freundschaft arbeiten. Jetzt erteile ich das Wort der Abgeordnete Dr. Frauke Petry.